Im vorhergehenden Video habe ich euch in das Thema Modus eingeführt und habe euch ja auch so ein bisschen historisch gezeigt, dass das schon lange problematisiert wurde und teilweise mit starken Bandagen gekämpft wurde, wenn man mal liest, diese Aussagen von dem Herrn Tesla mit dem Monster und den Klauen. Aber wir haben auch gesehen, dass das, was Tesla damals betrachtet hat, heute eigentlich nicht mehr relevant ist, zumindest diese konkreten Beispiele nicht und dass sich da vieles geändert hat, einfach durch Entwicklungen in der Nutzungsschnittstelle, die wir an anderer Stelle gesehen haben. Also, dass man zum Beispiel sowas wie Fenstertechnik hat, dass wir Nebenfunktionen anbieten, dass wir zum Beispiel in Datei speichern, Fenstern auch die Dateien anzeigen und so weiter und so fort. Diese Funktionalität hat diesen Modus letztendlich aufgelöst oder viele dieser Modi zumindest aufgelöst. Und wir haben auch an dem Apple-Beispiel gesehen, dass es irgendwie offensichtlich einen gewissen Shift gibt von der Idee, Modi müssen vermieden werden, zu Vor- und Nachteile von Modi müssen abgewogen werden. Und da wollen wir jetzt auch ein bisschen hinkommen, zu gucken, was könnte denn so eine Abwägung sein, wo sind denn eigentlich die Probleme beim Modi und wo sind sie vielleicht auch nicht, dass wir nicht so eine Pauschalaussage haben. Ja, schön wäre es jetzt, wenn man einen Modus definieren kann. Aber Definitionen sind sowieso schwierig, immer. Das ist etwas, was ich Studenten fast immer sage, also etwas zu definieren. Die eine Definition zu finden, das geht fast nie. Und hier beim Modus, ja, die Problematik habt ihr ja schon gemerkt, dass das nicht so richtig geht. Deswegen versuche ich mich mal mit einer Charakterisierung eines Modus. Und wir werden gleich feststellen, dass die Charakterisierung ein bisschen zu breit ist. Schauen wir uns mal diese drei Sätze an. Hier steht, innerhalb eines Modus steht ein bestimmter Satz von Funktionen und Objektoperationen zur Verfügung, der sich von denen in einem anderen Modus zur Verfügung stehenden Funktionen unterscheidet. Okay, kann man nachvollziehen, glaube ich. Wenn man einen Modus wechselt, dann habe ich einen anderen Satz von Funktionen und Operationen. In welchem Modus ein User Interface sich befindet, hängt von einem Zustand der Nutzungsoberfläche ab. Es gibt also eine Möglichkeit, einen Modus zu betreten und zu verlassen, beziehungsweise zwischen verschiedenen Modi umzuschalten. Kann man sich auch relativ gut vorstellen. Ihr habt zum Beispiel oben zwei Knöpfe für zwei Modi und je nachdem, welcher dieser Knöpfe gedrückt ist, das wäre dann der Zustand, davon hängt der Modus ab, in dem ich mich befinde. Gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, was für ein Zustand das sein kann, aber das ist mal einer, den kann man sich, glaube ich, relativ leicht vorstellen. Und dann, die gleiche Eingabe, das kann Tastatureingabe sein, aber auch räumliche Operationen, hat innerhalb verschiedener Modi verschiedene Folgen. Das heißt, wenn ich, was weiß ich, gleich 5 plus 5 eingebe, dann macht das mal das eine und mal das andere, in der in welchem Modus ich mich gerade befinde. Gut, ist das eine gute Charakterisierung von Modus? Ja, es passt auf all das, was wir Modus nennen würden, aber es umfasst mehr als das, was wir Modus nennen würden und es umfasst vor allen Dingen auch viele Bereiche, die für uns zumindest überhaupt nicht problematisch sind. Und das möchte ich euch mal hier an diesen Beispielen zeigen. Wenn wir diese Charakterisierung nämlich so einfach annehmen, dann handelt es sich auch bei diesen Beispielen jeweils um zwei verschiedene Modi. Word oder Excel. Ich habe eben schon gesagt, gleich 5 plus 5. Gebe ich das in Excel ein, dann steht da 10. Gebe ich das in Word ein, steht da gleich 5 plus 5. Also zwei verschiedene Modi, denn die Charakteristiken werden da erfüllt. Texteingabe versus Speichernfenster. Wenn ich in dem normalen Bearbeitungsmodus bin oder im Speichern-Unter-Dialog, da habe ich wieder Dialog gesagt, im Speichern-Unter-Fenster, ja, dann hätte ich demnach zwei verschiedene Modi. In dem einen kann ich nur das eine machen und in dem anderen kann ich nur das andere machen. Die gleichen Eingaben bewirken unterschiedliches und es hängt von einem Zustand ab. Ja, alles drei erfüllt. Jedes Meldungsfenster wäre sowas, denn das ist ja ein anderer Zustand. Der Zustand, in dem die Meldung angezeigt wird. Und wenn ich da eine Eingabe mache, die wird natürlich ganz anders interpretiert in dem Meldungsfenster, nämlich im Kontext des Meldungsfensters, als wenn ich die in die Anwendung mache, von der das Meldungsfenster ist. Wenn ich eine Drag-and-Drop-Operation mache, macht es einen Unterschied, beziehungsweise wenn ich eine Maus-Operation mache und schiebe die Maus einfach über den Bildschirm, macht es einen Unterschied, ob ich vorher geklickt habe und ein Icon mitnehme oder nicht. Das heißt, es wären auch das zwei verschiedene Modi. Wenn ich die Shift-Taste drücke, dann werden alle späteren Eingaben anders definiert. Der Zustand ist genau das Drücken der Shift-Taste. Und entsprechend wären auch das zwei verschiedene Modi. Und wenn ich einen Explorer mir zum Beispiel mal nehme und schalte den einmal in Listenansicht und einmal in Iconansicht, selbst das könnte man als zwei verschiedene Modi bezeichnen, denn es stehen nicht ganz genau die gleichen Funktionen zur Verfügung. Die Eingaben werden unterschiedlich interpretiert. Nämlich, wenn ich zum Beispiel eine Iconansicht nehme und drücke nach unten, dann springe ich ja zum Icon in der Zeile darunter. Jengegen, wenn ich die Listenansicht habe, springe ich zwar auch in das Icon der Zeile darunter, aber es ist ein anderes. Denn bei Listen, beim Iconansicht sind die Icons ja so sortiert. Und das heißt, ich überspringe ja gleich etliche. Das heißt, es sorgt für ein anderes Ergebnis. Ja, aber sind das jetzt Modi? Möchte man das Modus nennen? Von mir aus, wenn das jemand Modus nennen möchte, kann man das Modus nennen. Aber viele Sachen davon würde man wahrscheinlich nicht so nennen. Und vor allen Dingen haben wir überhaupt gar kein Problem mit diesem Modi. Warum nicht? Weil diese Modi zum Teil inhaltlich begründet sind. Ein Word ist etwas anderes als ein Excel. Und ich würde auch nicht erwarten, dass die Eingabe, die ich in Excel mache, genauso interpretiert wird, wenn ich sie in Word mache. Das wäre sogar dumm, weil dann bräuchte ich ja gar nicht zwei verschiedene Anwendungen, wenn beide das Gleiche machen würden an dieser Stelle. Die Modi sind klar ersichtlich. Zum Beispiel sehe ich, ob ich mich in der Iconansicht befinde oder in der Listenansicht. Ich sehe, ob ein Meldungsfenster da ist. Ich sehe das Speichernfenster. Das ist offensichtlich. Also ich habe da kein Problem, dass ich irgendwie denke, ja, ich bin irgendwie im falschen Modus oder sowas. Und dann gibt es natürlich noch Modi, die werden vom Nutzer direkt quasi in der gleichen Handlung erst erzeugt. Also das Drücken der Shift-Taste, das mache ich ja selber. Und nur solange ich die Taste drücke, ist dieser Modus da. Das heißt, man würde das ja gar nicht auch so wahrnehmen. Man sagt ja gar nicht, ich drücke Shift und dann F, sondern ich schreibe ein großes F. Also das wirkt ja zu einer Einheit. Genauso wie das Drücken und Ziehen, das Drag and Drop, zu einem Chunk wird im Kopf und nicht als ein anderer Modus für das Ziehen mit der Maus interpretiert wird. Das heißt, ich habe hier überhaupt keine Modusprobleme. Und zu Modusproblemen möchte ich mit euch kommen, indem ich mir mit euch eine Definition von Jeff Raskin angucke. Das ist auch einer der Leute, die bei Apple gearbeitet haben und an dem ersten Konzept für Macintosh, der allerdings ganz anders war als das, was hinterher dann am User Interface dabei rausgekommen ist. Der hat ein interessantes Buch geschrieben, das heißt Humane User Interface. Nicht Human, Humane. Also eine menschliche Nutzungsschnittstelle. Und er hat das beschrieben hier, was modal ist. Also eine Definition von modal gemacht. Und ich habe die jetzt etwas vereinfacht hier. Sie ist bei ihm noch etwas komplizierter aufgeschrieben, aber die vereinfachte Version reicht für uns. Und die lautet wie folgt. Eine Mensch-Maschine-Schnittstelle, also die User Interface, Nutzungsschnittstelle, eine Mensch-Maschine-Schnittstelle ist modal, wenn erstens ein aktueller Zustand des Interfaces nicht Gegenstand der Aufmerksamkeit des Nutzers ist und zweitens die Reaktion des Interfaces auf eine Eingabe von diesem aktuellen Zustand des Interfaces abhängt. Das ist nicht ganz unähnlich mit der Modusdefinition, mit dieser etwas naiven Modusdefinition von vorher. Ja, aber es ist doch auch was anderes. Und wenn das die Definition von modal ist oder von Modus auch, dann haben wir jetzt andersherum Probleme. Denn hier zum Beispiel könnten wir jetzt sagen, der Präsentationsmodus von PowerPoint, wo ich nur noch die Folien durchschalten kann, im Gegensatz zum Bearbeitungsmodus, das sind gar keine Modi. oder es ist nicht modal. Denn der erste Punkt wäre ja nicht erfüllt. Es steht ja, der aktuelle Zustand ist nicht Gegenstand der Aufmerksamkeit des Nutzers. Das kann ja gar nicht sein, dass das nicht der Gegenstand der Aufmerksamkeit des Nutzers bin, ob ich gerade eine Folie bearbeite oder präsentiere. Dann müsste man schon umnachtet sein, dass das nicht der Gegenstand der Aufmerksamkeit ist zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und die sogenannten modalen Dialoge, die ich beim letzten Mal hatte, wo ich also ein Fenster erst bearbeiten muss, damit ich hinterher mit dem Rest der Anwendung weiterarbeiten kann, die wären dann auch nicht modal. Zumindest dann nicht, wenn ich diesen modalen Dialog sehe und er mir bewusst ist, dass ich gerade mich in ihm befinde. Das heißt, als Modusdefinition oder als Definition von modal eignet sich das meiner Meinung nach nicht so besonders. Aber wenn wir das zu Modusprobleme umformulieren, dann klappt es gut. Nämlich das ist genau das Problem. Diese Sachen sind genau dann das Problem, wenn ich eine Schwierigkeit mit einem Modus habe. Und das ist ja das, wo es uns darum geht. Also ein Modusproblem, sagen wir jetzt mal, liegt dann vor, wenn die Reaktion des Interfaces auf eine Eingabe vom Systemzustand abhängt, aber dieser Systemzustand zum Zeitpunkt der Eingabe nicht Gegenstand der Aufmerksamkeit des Nutzers ist. Also, dass ich gleich 5 plus 5 eingebe in Word und in Excel, ist kein Modusproblem, denn ich sehe, dass ich einmal in Word bin und einmal in Excel. Das kann kein Modusproblem sein. Andere Dinge sind aber Modusprobleme. Zum Beispiel die Caps-Lock-Taste, die wir ja alle an unseren Tastaturen haben. Die kann ein Modusproblem sein. Warum kann die ein Modusproblem sein? Überlegt mal gerade kurz. Man drückt sie schnell versehentlich, man ist versehentlich im Caps-Lock-Modus und man kriegt auch, selbst wenn man es vielleicht absichtlich gemacht hat, dann oft nicht mit, dass man sich noch im Caps-Lock-Modus befindet, denn die Anzeige davon ist irgendwo versteckt als Leuchtdiode an irgendeiner Stelle, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht da, wo ich hingucke. Wenn ich auf dem Bildschirm zum Beispiel gucke und tippe, dann sehe ich ja nicht, dass hier so eine Kontrollleuchte leuchtet. Das heißt, Caps-Lock ist ein Modus, der problematisch sein kann, sogar in, heute muss ich sagen, fast allen Fällen problematisch ist. Warum gibt es überhaupt Caps-Lock? Caps-Lock ist ein Überbleibsel aus der Schreibmaschinenzeit beziehungsweise auch aus der Zeit früherer Computer. In der Schreibmaschinenzeit konnte man Caps-Lock an der Schreibmaschine machen, um dann nicht die ganze Zeit diese Shift-Taste drücken zu müssen, um viel groß zu schreiben, was natürlich bei so einer Typenschreibmaschine auch noch ein größeres Problem darstellte. Das war dann richtig, naja, motorisch schwierig, wenn man die ganze Zeit diese Shift-Taste drücken wollte. Und bei älteren Computern war das manchmal wichtig, wie zum Beispiel bei meinem Apple II, der da vorne steht. Da gab es auch eine entsprechende Taste und da war das wichtig, weil manche Programme darauf aufgebaut waren, dass alle Eingaben in Großbuchstaben sind. Es gab Programme, die waren erzeugt worden zu einer Zeit, als es noch keine kleinen Buchstaben gab, also als, sagen wir mal, die Computersysteme und der Apple II vor allen Dingen noch keine kleinen Buchstaben hatten. Und dann war es oft wichtig, dass man diese Taste hatte. Aber heute ist diese Taste überflüssig, völlig überflüssig. Es gibt so Tools, wo man in Windows sich einen Registry-Eintrag ändert, dann wird die Taste deaktiviert und am Mac kann man das sogar in den Systemeinstellungen machen. Also ist etwas, was ich sehr empfehlen kann, Caps Lock-Taste einfach totsetzen. Denn es ist fast immer eine versehentliche Betätigung und dann ein Modusproblem, das darauf folgt, von einem Modus, an dem man überhaupt nicht gedacht hat. Schauen wir uns ein modernes Modusproblem an, nicht so eine antike Sache wie die Caps Lock-Taste. Was sehen wir denn hier? Hier sehe ich mal wieder Keynote. Das Beispiel zeige ich euch öfter. Es ist immer die Software, mit der man selber arbeitet, wo man die Beispiele raus hat. Ja, wo ist das Problem? Was passiert, wenn ich auf die Pfeil-nach-oben-Taste drücke, im linken Fall, und was passiert im rechten Fall? Im linken Fall wechsle ich auf die Folie da drüber. Ich gehe also auf die Folie Nummer 2 und im rechten Fall passiert hier wahrscheinlich gar nichts, denn ich bin innerhalb der Bearbeitung dieses Textblocks. Das Problem ist, das sehe ich kaum. Woran sehe ich, dass ich rechts in der Bearbeitung des Textblocks bin? An nur zwei Kleinigkeiten, an einem ganz dünnen Rahmen um den Textblock herum und an diesem Cursor, der da ist. Aber wenn ich zum Beispiel hier hingucke auf die rechte Seite und denke, ich würde eine Auswahl auf der linken Seite machen, also eine andere Folie auswählen, dann kann ich in diesem Eindruck gut sein, denn diese blaue Markierung da ist so prägnant, dass sie so aussieht, als wäre das das aktive Element. Auf der linken Seite sieht es ja ganz ähnlich aus. Da ist nochmal eine zusätzliche gelbe Umrahmung drin, wenn ihr da mal genau drauf achtet, aber die ist irgendwie nicht so prägnant, dass man den Unterschied wirklich wahrnehmen könnte. Man kann auch noch in anderen Modi sein, also zum Beispiel, dass der ganze Rahmen markiert ist. Auch das sieht man nicht so wahnsinnig gut und wenn man dann nach oben oder nach unten drückt, dann verschiebt man dieses ganze Element. Mir passiert es wirklich häufig, dass ich Elemente auf einer Seite löschen möchte und lösche stattdessen eine Folie. Denn ich habe dann vielleicht mal irgendwie eine Folie ausgewählt und bin da als letztes gewesen und dann kommt das durcheinander, dann komme ich da durcheinander. Also hier habe ich ein Modusproblem, denn es hängt von einem Systemzustand ab, einem Zustand im User Interface, was passiert, aber er entzieht sich offensichtlich meiner Wahrnehmung. Also er ist mir nicht hinreichend bewusst. Ich habe eine falsche Hypothese darüber, welcher Systemzustand gerade vorliegt. Und dann liegt ein Modusproblem vor. Und das liegt hier an der Gestaltung. Es liegt daran, dass ich nicht gut unterscheiden kann, in welchem dieser Modi ich mich gerade befinde. Also gucken wir nochmal. Ein Modusproblem, habe ich eben schon gesagt, das ist nochmal das Gleiche, liegt dann vor, wenn die Reaktion des Interfaces auf eine Eingabe von einem Systemzustand abhängt. Dieser Systemzustand aber zum Zeitpunkt der Eingabe nicht Gegenstand der Aufmerksamkeit des Nutzers ist. Das war gerade ein Beispiel dafür. Das heißt, andersherum, er kann dann nicht vorliegen, wenn die Reaktion des Interfaces auf eine Eingabe unabhängig vom aktuellen Systemzustand ist. Natürlich nicht. Dann kann ich kein Modusproblem haben. Dann habe ich aber auch gar keinen Modus nach der alten Definition. und falls die Eingabe abhängig vom Systemzustand ist, dieser Systemzustand dem Nutzer aber bewusst ist. Und das ist interessant, weil daraus können wir auf die Gestaltung schließen. Denn jetzt können wir sagen, aha, wie mache ich denn den Systemzustand, also den Modus, für den Nutzer bewusst. Und dann kommt auf einmal die Erschließbarkeit wieder daher. Ich muss irgendwo sehen können, in welchem Modus ich bin. Ich muss auch sehen können, wie ich den Modus wieder verlasse und welche anderen Modi es gibt. Dann macht die interne Konsistenz viel Sinn, denn wenn ich mehrere Sachen im Vergleich habe, darf ich nicht auf einmal den Kontext verlieren, in welchem Modus ich mich gerade befand. Das könnte nämlich passieren, wenn ich inkonsistent bin. Und die Kontinuität ist wichtig. Wie erkenne ich, dass ich von einem Modus in den anderen übergegangen bin. Das ist wichtig, auch in diesem Zusammenhang. Das heißt, durch diese Aussage, wann ein solches Modusproblem nicht vorliegen kann, da sind wir auf einmal in den Bereich der Gestaltung gekommen und müssen nicht irgendwie definieren, was ein Modus ist und was nicht, sondern können einfach sagen, ja, was ist das Problem? Wo ist die Erschließbarkeit? Wo ist die Konsistenz? Wo ist die Kontinuität? Und kann mit diesen Forderungen arbeiten. Und mit dieser Definition vom Modusproblem und den daraus folgenden Gestaltungsforderungen, was diese drei sind, die wir schon kennen hier in unserem Bereich Orientierung, will ich mich im nächsten Video beschäftigen, denn dann geht es da darum, welche Modusprobleme gibt es denn? Da kann man bestimmte sagen, also manche sind überflüssig und andere sind unerkennbar und so. Und da schauen wir uns ein paar Beispiele zu an und kommen dann zu konkreteren Gestaltungshinweisen, was man machen sollte und was man lassen sollte.